Ihre Genossenschaftsbank ist nicht bloß Ihre Bank, sondern auch Ihr Partner. Ein Partner, der immer für Sie da ist, wenn Sie Fragen zu Ihrer Lebensplanung haben. Dabei sind Respekt und Vertrauen die Basis unserer genossenschaftlichen Beratung, die Sie in allen Lebenslagen begleitet. In guten, ebenso wie in schwierigen Zeiten. Gelungene Erbfolge- und Nachfolgeregelungen zum Beispiel bestehen aus sehr viel mehr als Steuersätzen und Vertragsklauseln. Doch wer macht sich schon gerne Gedanken über die Zeit danach? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Nachlass zu gestalten. Das gibt Ihnen die Sicherheit und Gewissheit, dass Ihr Vermögen ganz in Ihrem Sinne und ohne Familienstreitigkeiten an Ihre Erben übergeht. Wir stehen dabei an Ihrer Seite und helfen Ihnen, für alle wichtigen Fragen die richtigen Ansprechpartner zu finden. Ganz egal, ob es dabei um Steuerfreibeträge oder die Erbfolge geht. Wir wissen, wer Ihnen weiterhilft. In einem respektvollen Gespräch widmen sich unsere Mitarbeiter Ihren Bedürfnissen und Wünschen, damit sich Ihre Familienmitglieder und Sie um nichts sorgen müssen. Das alles macht unsere genossenschaftliche Beratung so besonders und so partnerschaftlich. Profitieren auch Sie von unserem Know-how zum Thema Erben und Vererben in einer Filiale in Ihrer Nähe. Profitieren auch Sie von unserem Know-how zum Thema Erben und Vererben in einer Filiale 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 in einer Fil